Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Danke, danke, dass Du eingeschaltet hast hier zu diesem Lebenskraft-Podcast mit ganz vielen tollen Informationen, Werkzeugen, Tools, die auch funktionieren und warum ich das weiß, weil ich seit über 20 Jahren Menschen helfen darf, wieder in ihre Lebenskraft zu kommen, mit ganz vielen tollen Bausteinen und einer der Bausteine, die extrem wichtig sind, ist natürlich auch das Thema der Emotionen. Die Macht der Emotionen, die sind so unendlich groß, dass gewisse Menschen, die ich eben auch schon kennenlernen durfte, die bei mir als Klienten, als Kunden, als Coaches, wie man so schön sagt, eben auch schon von mir gecoacht wurden und auch noch werden, die durften schon oft erleben, dass in dem Moment, wo sie erkennen, dass sie ihren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert sind, sie heilen, sie lösen und vor allen Dingen sie in die richtige Richtung lenken können. In dem Moment wird das Leben viel, viel schöner. Dieter Lange sagt es ja so schön, der sagt, es gibt eigentlich gar keine Probleme, sondern nur Wahrnehmungskrisen, da darfst Du auch mal drüber nachdenken. Da ist natürlich auch etwas dran, aber in dem Moment, wo wir glauben, dass wir ein Problem haben, hängen auch immer die Emotionen damit zusammen. Und Emotionen fühlen sich ja einmal gut oder dann eben auch mal nicht gut an. Und manchmal sind auch Emotionen da und man hat überhaupt keine Ahnung, wo kommen die denn jetzt eigentlich her? Und weil ich gerade gestern ein Tagescoaching hatte und der Kunde zu mir sagte, Du hast auch negative, enge Energien oder Emotionen, die Du am Morgen wahrnimmst und Du fühlst Dich auch mal bedrückt und betrübt, Kerstin? Das hätte ich aber nicht gedacht. Ja, klar ist das so. Ich laufe ja auch nicht nur mit einem Ponyhof-Programm durchs Leben und strahle die ganze Zeit um die Wette. Natürlich strahle ich bei meinen Kunden, weil Professionalität gehört für mich natürlich zu 100 Prozent dazu und man wird mich niemals erleben, dass ich bei einem Kunden oder bei einer Kundin irgendwie negativ drauf bin. Das hat da nichts zu suchen. Da stehe ich auch zu 100 Prozent dahinter. Gibt im Übrigen auch eine ganze Menge Coaches da draußen, die bringen ihre eigenen persönlichen Themen mit und zwar zu ihren Kunden. Da halte ich überhaupt gar nichts davon. Vor allen Dingen dann, wenn Du eigentlich dazu da bist, um dem Klienten, also dem Coachee in dem Fall auch zu helfen. Also da gibt es auch echt noch Wachstumsbereiche draußen auf dem Coaching-Markt. Ja, es ist in der Tat so, dass Emotionen eine wirklich riesige Macht haben. Und Emotionen entstehen in meiner Welt über drei Bereiche. Einmal, wie ich meine Welt wahrnehme und die damit verbundenen Programmierungen beziehungsweise Gewohnheiten ich aufgebaut habe. Ich gehe da auf alles gleich ein. Die hängen mit Deinen unterbewussten Programmierungen und Mustern zusammen und mit Deiner Physiologie. Und alles das findet jeden Tag statt, denn wir alle nehmen unsere Welt wahr, teilweise unbewusst und dann entstehen eben Reaktionen auf unsere unbewusste Wahrnehmung. Und diese Reaktionen nehmen wir dann oft ja als Signal wahr über unsere Emotionen. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Programmierung, also die unbewussten Programmierungen, die jeden Tag in Millisekunden ablaufen, ja uns unterstützen können oder ja im schlimmsten Fall natürlich uns nicht unterstützen und in dem Fall uns das Leben schwer machen. Und die Physiologie dahinter, da gehe ich auch nochmal gezielt drauf ein, die kann uns eben auch positiv unterstützen oder in dem Fall auch negativ. Das Erste, was ich Dir ein bisschen mit ans Herz legen möchte ist und das hilft mir immer, wenn ich auch mal nicht gut drauf bin, wenn ich irgendwelche Energie wahrnehme, wenn ich das Gefühl habe, oh Mann, jetzt ist aber irgendwas im System echt schräg vorhanden, also das spüre ich dann in Form von Energie, dann erinnere ich mich immer daran und dazu möchte ich Dich auch motivieren, dass Du nicht Deine Emotionen bist. Die Emotionen sind nur ein Teil Deiner Physiologie, die wiederum auftauchen durch das, was ich eben gesagt habe, durch Deine Wahrnehmung, Deine Gewohnheiten, Deine unterbewussten Programmierungen und Deiner Physiologie. Du bist nicht Deine Emotionen. Erinnere Dich daran, dass Du reines Bewusstsein bist. Was diesen Körper braucht und als Vehikel, als sinnbildliches Fahrzeug benutzt, um diese Erfahrung, die sich Leben nennt, überhaupt erst machen zu können. Ein großes Problem, was viele Menschen haben ist, die sind so in ihren Emotionen gefangen, in dieser Spirale von Selbstmitleid, permanenter Aggression, Wut oder, wenn Du Dir die Emotionen von einer Skala von 1 bis 10 vorstellst, in dem permanenten toxischen, krankhaften Harmoniebewusstsein. Also Skala 1 bis 10, wir schwingen immer bei der 5. Also man traut sich nichts zu, man sieht die Welt rosarot, obwohl man innerlich eigentlich kochen könnte, man hat einfach den Deckel drauf gemacht, das ist auch nicht in Ordnung. Das heißt, diese ganze emotionale Spirale, die kann man durchbrechen, vor allen Dingen dann, wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind Opfer geworden, Opfer ihrer eigenen Emotionen. Und wie ich es gesagt habe, ich möchte mal auf diese drei Dinge ein bisschen näher eingehen, dass Du auch damit was anfangen kannst und im besten Fall natürlich auch was verändern kannst. Das Erste ist mal Deine Gewohnheit. Du bist es gewohnt, die Welt so zu betrachten, wie Du sie gerade betrachtest. Es ist eine Gewohnheit. Und die Gewohnheit, wie Du die Welt eben betrachtest, hängt natürlich auch damit zusammen, wie Dein Umfeld ist. Und die Frage, die Du Dir stellen darfst, ist, wenn Du etwas nicht magst in Deiner Welt, wenn Du merkst, dass Du ganz, ganz oft Emotionen hast, die Dich wie eine Spirale nach unten ziehen, statt Dich aufbauen, wenn Du spürst, dass Du eigentlich immer unzufriedener wirst, dass Du traurig bist, dass Du das Gefühl hast, immer energieloser zu werden, dann hinterfrage mal Deine Gewohnheiten, wie Du die Welt betrachtest und beurteilst. Nur mal angenommen, Du bist unzufrieden in Deinem Beruf. Frage Dich doch mal, warum wechselst Du den Beruf nicht? Und wenn Du Dir dann sagst, okay, ich bin mutlos, weil ich habe Angst, etwas nicht mehr zu finden, was eben, naja, mir die Möglichkeit gibt, finanziell die Summe X zu verdienen, dann überleg Dir mal, auf was Du am Ende Deines Lebens zurückblickst. Auf einen toxischen Beruf, der Dich vielleicht bis Mitte 60 begleitet hat. Und wirst Du dann auf Deinen Beruf zurückblicken und sagst, ja, ich habe zumindest in Anführungszeichen gutes Geld verdient, warst aber immer total unglücklich oder bist mutig und siehst, dass Du Dein Selbstvertrauen aufbauen darfst, Dich mehr mit dem Thema Spiritualität beschäftigen darfst, um zu erkennen, dass Du eine Gabe, eine Aufgabe hast, die Du in Resonanz bringen musst, damit diese Energie durch Dich hindurch fließen kann. Wenn Du diese Punkte hast, dann geh damit mit in Resonanz. Hinterfrag Dich mal, wie betrachtest Du die Welt? Wo fühlst Du Dich gefangen? Hast Du das Gefühl, Du bist in einer toxischen Beziehung und Du hast diese furchtbare Frau, diesen furchtbaren Mann und Du hast keine Wahl? Dann ist das die Art und Weise, wie Du die Welt betrachtest. Aber was wäre, wenn die Frau, der Mann eben auch etwas spiegelt, was Du Dir bei Dir anschauen darfst? Also die Gewohnheit, die Welt so zu betrachten, wie Du sie betrachtest, führt oft zu toxischen emotionalen Zuständen, die erst dann von Dir verändert werden können, wenn Du Dir dessen bewusst wirst. Also der erste und wichtige Impuls an Dich ist, schaue Dir an, wie Du die Welt beurteilst, wie ist Deine Gewohnheit, wie Du die Welt betrachtest, wie Du die Welt beurteilst und wie Du Deine Welt siehst und frage Dich, was darfst Du verändern, damit sich Dein Leben verändern kann? Ein ganz wichtiger Punkt auch zu dem Thema Gewohnheit ist, dass Du eine Routine Dir aneignest, eine Energieroutine. Und ich nehme da immer das Beispiel der Meditation, das Beispiel vom Sport. Natürlich gibt es bei mir auch Situationen, wo ich morgens aufstehe und bin nicht gut drauf. Aber ich weiß, ich bin nicht meine Emotionen. Also bewege ich meinen Hintern in meinen Meditationsraum, setze mich dorthin, setze meine Bose-Kopfhörer auf für eine geführte Meditation, wenn es mir gar nicht gut geht oder ich meditiere ganz alleine, nur für mich selbst. Aber in dem Moment, wo ich spüre, dass meine emotionale Energie in eine destruktive Richtung geht, kann ich durch eine Entscheidung, die ich treffe, diese Energie verändern. Das heißt nicht, dass ich sie wegdrücke. Aber durch eine Energieroutine veränderst Du genau das. Wenn Du jetzt sagst, ja Kerstin, ich habe keine Zeit, ich habe morgens wahnsinnig viel zu tun, dann frag Dich mal, wenn Du abends ins Bett gehst und ob Du morgen als ein kleines bisschen früher aufstehen kannst. Denn Meditation, Sport verändert Deine Biochemie. Das mache ich auch. Und ja, es gibt sogar auch mal, das kommt bei mir auch vor, dass ich meditiert habe und ich kann die Energie genau eine Stunde halten. Wumm ist die Energie wieder in einer anderen Richtung. Das kommt vor. Und gerade jetzt, wo die Energie auf unserem Planeten Erde so in den Anstieg geht, dazu mache ich übrigens nochmal einen Podcast, weil wir in einem gigantischen Veränderungsprozess momentan sind. Der ganze Körper wird quasi abgegradet und die Zellen schwingen immer schneller, die Atome schwingen schneller und momentan entsteht ein unglaubliches Energie-Ungleichgewicht auf unserem Planeten, weil durch diesen Anstieg entsteht immer erst mal Chaos. Ich spüre das auch. Aber was mache ich denn dann? Meinen Fokus auf das zu lenken, was wichtig ist. Auf meine Herzenergie mich auszurichten und zu sagen, okay, ich verändere meinen Fokus auf das Positive, denn so, wo dort, wo ich den Fokus hinlenke, dort mache ich ja auch die Energie groß. Ein ganz wichtiges Thema. Und dieses Thema ist momentan, zumindest von meinem Empfinden her, einer der wichtigsten Themen überhaupt, ist Deine unterbewussten Programmierungen. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, wo so viel an die Oberfläche gekommen ist wie momentan. Ich habe das Gefühl, durch diesen Anstieg auf unserem Planeten, durch die Frequenz, durch die Schwingung, kommen die Dinge an die Oberfläche, weil wir uns die Sachen anschauen müssen. Und klar hast Du gute und schlechte Erfahrungen gemacht in Deiner Vergangenheit, als Kind, als kleiner Junge, als kleines Mädchen. Und natürlich sind auch die Erfahrungen, die Du gemacht hast und die unterbewussten Programmierungen, die sich da in Deinem Unterbewusstsein manifestiert haben, mit eine Ursache, wie Du Dich täglich fühlst. Und das ist aber keine Ausrede, dass Du Dich nicht verändern kannst. Denn es gibt natürlich die Möglichkeit, das zu lösen. Natürlich kannst Du das heilen. Natürlich kannst Du durch diese Programmierung hindurchgehen und diese damit verbundenen Traumata komplett lösen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, mit dem ich gearbeitet habe. Und er hat das, was unglaublich viele Männer haben. Und das sage ich Dir, weil ich die Erfahrung habe, nicht weil ich es gelesen habe, weil ich durch tausende von Coachings mit ganz vielen Männern eben auch immer wieder und wieder genau dieses Thema gehört habe. Er hat von seinem Vater keine Anerkennung bekommen. Das Gefühl, dass alles das, was er gemacht hat in der Kindheit, einfach nicht richtig war. Was glaubst Du, was er in seinem tiefsten Unterbewusstsein programmiert hat? Dass er kein Selbstvertrauen hat. Das hat die Folge gehabt, zumindest bei ihm. Nicht, dass er sich extrem angetrieben hat. Da gibt es auch eine ganze Menge, die gehen dann in die entgegengesetzte Richtung. Bei diesem einen Kunden ging das Ganze in die andere Richtung. Der zeigt sein Licht nicht. Bloß nicht auffallen. Bloß nichts falsch machen. Eher mutlos sein. Und dieses Ich-bin-ich-gut-genug-Programm zieht sich dann wie ein roter Faden durch das Leben. Es sei denn, man löst diesen ganzen Kram eben auf. Ganz viele Männer, mit denen ich schon arbeiten durfte, sind in die andere Richtung gegangen. Das heißt, die arbeiten dann wie die Verrückten, haben einen übertriebenen Ehrgeiz. Und das sehen, nur noch dieses Ziel vor sich selbst bestehen zu wollen. Weil, wenn ich von mir selbst nicht bestehen kann, bin ich nichts wert. Denn, Sie haben genau das Gleiche erlebt, in der Kindheit, der Vater hat nie, auch kein einziges Mal, diese Anerkennung aufgebaut, die man sich so sehr gewünscht hat. Und was passiert jetzt mit solchen Programmierungen? Die sind wie so ein Saatenkörn im Unterbewusstsein. Und wir tun alles, also beziehungsweise ja Mygdala, ein Teil unseres Stammhirns, tut alles, um uns vor diesen negativen Erfahrungen zu schützen. Und so treibt man sich an, um mehr zu arbeiten, um vor sich selbst bestehen zu können. Oder im umgekehrten Sinne, man ist mutlos, zeigt sein Licht nicht, will nicht auffallen, bloß nichts falsch zu machen, weil man ja angeblich nichts wert ist. Ich kann Dich nur ermutigen, dass Du Deine Programmierungen Dir anschaust, sie auflöst und in der Tiefe das heilst, was immer noch bei Dir aktiv ist. Ich mache das in meinen Seminaren. Und bei einem Seminar habe ich den größten, ich sag mal die unfassbarsten Transformationen bis jetzt erlebt. Und das ist Empower Your Life. Empower Your Life ist das Seminar, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast auch erwähnt, wo innerhalb von kürzester Zeit unfassbare Transformationen entstanden sind. Eben auch bei den emotionalen Programmierungen, die ganz tief im Unterbewusstsein vergraben liegen. Warum funktioniert es dort so gut? Weil ich eben dort tief reingehe und wir arbeiten da bei Empower Your Life, bei diesem Intensivseminar auch mit dem inneren Kind. Und Du löst das ganz für Dich alleine auf, ganz alleine, in einem ganz geschützten Rahmen. Und in diesem Jahr 2022 ist Empower Your Life vom 20. bis 22. Oktober. Und egal, wann Du diesen Podcast jetzt hörst, es gibt dieses Seminar jedes Jahr, zwar nur einmal, aber schreib mir doch einfach an die office-at-gesund-mit-plan.de. Ich wiederhole nochmal, office-at-gesund-mit-plan.de. Wenn Du Lust hast, bei so einem intensiven Seminar mal mit dabei zu sein. Und ich verspreche Dir, Du wirst, wenn Du das Stichwort Podcast nennst, auch einen ganz tollen Preis bekommen. Es ist wichtig, dass Du diese negativen, toxischen, alten Programmierungen auflöst. Erkenne, dass Du deshalb vielleicht noch nicht weitergekommen bist, weil Du gewisse Gewohnheiten noch nicht verändert hast, weil Du noch Programmierungen hast, die Du einzig und allein auflösen kannst. Du bist aber Deinen Programmierungen und Deinen Gewohnheiten nicht hilflos ausgeliefert. Und in dem Moment, wo Du vergibst, in dem Moment, wo Du heilst, verändert sich eben auch die Physiologie. Denn das, was die wenigsten Menschen gerne hören wollen, und ehrlich gesagt mag ich das auch nicht, es ist aber leider so, dass das, was Du jeden Tag denkst, was über Deine unterbewussten Programmierungen immer wieder und wieder abgespult wird, dass das, was Du jeden Tag tust, in Resonanz geht. Und irgendwann passt sich die Biochemie, also sprich die Enzyme, die Neurotransmitter, die Hormone und so weiter, komplett an. Dein Körper wird alles tun, alles für Dich tun, damit Du Dich wieder so fühlen kannst, wie gestern, vorgestern und vorvorgestern auch. Das liegt einzig und allein daran, dass die Biochemie sich an diese Energie anpasst. Und die Ausstrahlung als solches passt sich auch an. Und dann kommt genau das, was viele Menschen beobachten, man zieht immer genau die Dinge an in seinem Leben, die man eigentlich gar nicht mag. Warum? Weil die Seele ganz genau weiß, heile das. Und wenn Du es oft genug angezogen hast, wird irgendwann der Druck größer, dass Du Dir genau Dein Thema anschaust. Und der letzte Punkt ist die Physiologie. Wenn Du jetzt mitten in den Wechseljahren steckst und merkst, dass Deine Hormone komplett durch den Wind sind, na klar spürst Du dann Emotionen, die Dich außer Rand und Band bringen. Aber da gibt es doch mittlerweile tolle Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, wo Du eine Hormontherapie machen kannst, um jetzt nur mal bei diesen Themen zu bleiben, wo Du komplett auf natürlicher Basis arbeitest. Das sind die naturidentischen Hormone. Es gibt mittlerweile so viele tolle Stoffe, die man zu sich nehmen kann aus der Naturmedizin, um Deinen Körper eine Unterstützung zu geben, damit diese Hormone Dich nicht permanent malträtieren und Du deswegen in so ein negatives Hormonungleichgewicht kommst. Wenn Du eine Krankheit hast, na klar, durch Schmerzen und durch diese Ungleichgewichte, die Du jeden Tag wahrnimmst durch die Krankheit, entstehen auch dementsprechend negative Emotionen. Aber hier kann ich Dich nur, nur, nur motivieren. Und das ist so wichtig, zu erkennen, welche Sprache, also welche Körpersprache, welche Information steckt hinter Deiner Krankheit. Wenn Du das verstanden hast und weißt, dass all das, was Du nicht von Geburt an hast, auch wieder rückabwickeln kannst und Du anfängst mit den sogenannten Add-ons, sondern ich die, also die zusätzlichen Punkte, die so wahnsinnig wichtig sind, zu arbeiten. In dem Moment, wo Du die Ernährung umstellst, weil Du dieses unglaublich mächtige Instrument der Ernährung in Deinen Alltag so integrierst, dass Deine Krankheit heilen kann durch ein aktives Immunsystem, wenn Du anfängst, Dich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen und Dir bewusst wirst, was Dich wirklich stresst, wenn Du Bewegung in Deinen Alltag integrierst und zwar so, dass es Dir gut tut, dass Du Stresshormone abbauen kannst und wenn Deine Gedanken über das Mentaltraining zielgerichtet in eine Richtung gelenkt werden und zwar von Dir, dann kannst Du auch Deine Krankheit heilen. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema mit dem Thema der Emotionen. Und am Ende von diesem Podcast möchte ich Dir sagen, natürlich ist Wut, Scham, Ärger und Frustration oft eine unmittelbare Reaktion auf ein Ereignis. Das ist auch super, das ist wunderbar, sonst wäre das Leben doch total langweilig. Aber wenn die Emotion Dich beherrscht und Du immer wieder in diesen Emotionen feststeckst und das Gefühl hast, Du kommst da nicht raus, dann macht das Leben einfach keinen Spaß mehr. Wenn Du erkennst, wer Du wirklich bist, wenn Du erkennst, dass jedes unterbewusste Programm von einem einzigen Menschen geheilt werden kann und das bist Du, dann wird dieses Leben schöner. Wenn Du erkennst, dass Deine Probleme, die Du aktuell hast, für Dich im übertragenen Sinne da sind, damit Du die Veränderung in Deinem Leben über Routinen, über Auflösungsprozesse und vor allen Dingen eben über diese verschiedenen Tools, wie ich sie genannt habe, eben die Add-ons, die zusätzlichen Punkte Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und Stresskompensation. Wenn Du das veränderst, wird Dein Leben viel, viel schöner. Und klar darfst Du Dich auch mal nicht gut fühlen. Und klar gibt es auch Momente, wo man überhaupt gar keine Lust hat und man ist einfach nur negativ drauf. Ich habe für mich erkannt, dass meine gesunde Routine, die ich jeden Morgen, jeden Morgen aufbaue, dass das Mentaltraining, meine Ernährung, das Lösen der unterbewussten Programmierung einfach solche gigantischen Tools und Werkzeuge sind, die so gut tun. Ich habe das für mich erkannt und deswegen praktiziere ich das auch jeden Tag und helfe meinen Coaches wieder dazu, wie man so schön sagt, genau das in ihrem Tempo, in Deinem Tempo, wie auch immer, in den Alltag zu integrieren, sodass das Leben einfach noch viel, viel schöner wird. Und ich wünsche Dir von ganzem Herzen, dass Du Dir Deine Emotionen mal ein bisschen näher anschaust. Du bist nicht gefangen in einer Negativspirale. Gehe dieses Thema an und fange bewusst an, einfach mal Bewusstsein aufzubauen für Deine Emotionen. Du hast die Möglichkeit, Dein Leben zu verändern. Wenn Du erkennst, wer Du wirklich bist, dass Du nicht Deine Emotionen bist und dass dieses Leben wieder richtig schön sein darf. Und wenn ich Dir dabei helfen darf, dann schreib an die office-at gesund-mit-planen.de und dann bekommst Du auch einen ganz tollen Preis, zum Beispiel für Empower Your Life. Das Seminar 2022 ist vom 20. bis 22. Oktober. Und vielleicht lernen wir uns ja da mal persönlich kennen. Von Herzen nur das Allerbeste für Dich, Deine Kerstin.